Sie gelten als echtes Traumpaar der monegassischen Fürstenfamilie. Pierre Casiraghi und Beatrice Borromeo teilen nicht nur ihre adelige Herkunft, sondern auch ihre Leidenschaft für Politik und Umwelt. Seit dem Jahr 2008 ist das Paar unzertrennlich und genießt zusammen sein Familienglück mit seinen gemeinsamen Söhnen Stefano und Francesco. Das attraktive Paar hält sein Privatleben und das seiner Kinder überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt gewähren die beiden den Royal-Fans allerdings einen seltenen privaten Einblick. Auf Instagram teilt Fernanda Casiraghi, eine Cousine von Pierre Casiraghi, einmalige Aufnahmen von dessen Sohn Francesco. Neugierig beobachtet der Vierjährige zusammen mit Papa Pierre das neue Haustier von Nonna Fernanda. Was für ein süßer Drei-Generationen-Schnappschuss! Nachdem der letzte öffentliche Auftritt an Monakos Nationalfeiertag im November 2022 war, fällt im Vergleich auf, wie groß der kleine Francesco mittlerweile schon geworden ist. Everett! Lumierepte in keinemcept!